so das ist der zweite teil der aufstieg zum roque nublo ein wunderschönes wetter strahlend blauer himmel ihr seht selber wie schön man hier spazieren kann und ihr habt die möglichkeit zu drehen zu wenden ihr könnt euch alles genau ansehen die richtung könnt ihr selber bestimmen ja und es geht hier doch ganz schön nach oben ja und viele menschen hier unterwegs die sich die gelegenheit nicht entgehen lassen bei schönem wetter hier hoch zu steigen so und hier oben über der kante da gibt es richtigen wind so und hier oben Knowledge so und hier oben putzen so und hier oben da oben so und hier oben verabschieden wir jetzt aber okay Vielen Dank.